ach nee der genaue riddle die genale zu boxing ich weiß es ist alles stream sniper nur 90 leute nur 90 leute das habe ich ja noch nie gesehen das sommer von das geschehen ich habe ich habe sogar noch eine goldene kam ich habe minis jürgen ich habe mich ja da fliegt was ein gegner ich habe zwar kann schon eine goldene eine blaue ich mache mich ein bisschen auf gegner suche das sind genug können hier das ist genug das sind ja auch tausend leute ich habe es auch text kommt mal ja ja das hat jemand die kampfschutz hinter genommen ich hole sie mir gerade okay warte ich lande zuerst mal da unten weil da unten noch das ist ja hier ist noch eine kampfschutzte will wenn ich schon mal eine blaue mit so warte ich kommt herr schnell geschießt sind schon alle jetzt doch los geht's weiter geht's angriff aber ein aber ein angebot mit den anderen 40 ok die wahlst du mir keinen gegner über gelassen ich glaube die sind alle tot einer hat drei leute umgebracht einer noch da oben 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 angriff der unterhosen pass auf armen ja ich habe mit minis ich wünsche man könnte die einfach das lagerfeuer an die decke kleben hier ist ein lagerfeuer ich gleich ein lagerfeuer hier genau lange zeit sie ist es gleich weg ich habe mir haben die erste stadt überlebt jürgen easy knapp ja ich habe drei kühle ich habe einen kuchen stück ich habe kummer weil ich nicht habe ich sehe da wird eine sturmgranate geworfen warte noch nicht los in den krieg ich will kurz bisschen waffen suchen ich schluss nur kurz ja noch kürzer nicht mehr jetzt ein blauer revolver schafft gerade keinen bock auf sich extra ein für dich gefunden irgendwo sind nur für dich gerade vor 30 kunden wo die sturmgranate eine truhe sehr verdächtig ich habe vergessen wo er ist ich habe dich gefunden ich habe dich gefunden ich habe noch mal kurz so ich gerne die truhe weil ich kaum pumpschuss auf ich treffe dich werden 1 2 3 habe ich getroffen werden habe ich dich mit das mit dem softpack getroffen das drüber geschossen wird angeschossen da will einer nerven zeit für meine sniper da ist er ich habe gleich ich habe gleich ich habe gleich es wurde das wundert ich komme ich ich komme ich will nicht ausgucken ich will nicht ausgaben ab ihm direkt sehr gut du willst oh nee die snipe ist nicht cool ich dachte es war eine bessere ich habe schon vier kills darf ich dich abschießen nur wenn ich dich abschießen so weiter geht es müssen in die zone das heißt ab nach retail das wird nerven ich habe noch immer kein zombies plus nochmal das andere ich glaube da hinten ist ein sturmgewehr mp und hk das ist nicht mal ein hk ah ich habe eine hk gefunden ich nehme die reste von bockchen ich dachte nicht das war doch nichts das war doch nichts äh das ist nun ein sniper das nur ein revolver mannoh dann gehen wir mal let's go up nach hallo ui du die 16 losg hey gehen wir kurz das lagerfeuer machen boxein ich geh einfach weiter ist nur zwölf was rein da die haben extra so ein gram gemacht wenn der zombie aus dem rahmen raus geht dann stirbt er automatisch man kann die nicht mehr führen ist auch zu op die haben ja alles gelassen mal das max auf warte gar nicht um das haben oh das sieht schön aus überall ist guter lud die sind alle durch zombies gestorben da ist ein sturmgewehr alle sind hier durch zombies gestorben alle wie können sie kleb für uns hallo zombies was geht was geht was geht was geht was was geht hier liegt auch noch voll viel loot wir können das gleich ab wir haben das gleich für sorg hier ist einfach drauf wir haben es ja nur ja zack 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 dank dem hab ich jetzt voll holz brauchst du eine grüne AR Jürgen da ich hab 2 bis 3 4 5 ich kann die doch wegnehmen hier was ich habe ein paar zombies an der backe aber das teil hat da hinten noch nicht mehr viel ab das war geil das läuft ich achste dich ich achste dich ich achste dich ich brauch mal ein bisschen money man ja ich muss jetzt aufhören mit den zombies schießen ich hab noch immer 400 ich zeigste einfach den stein ich kann sie aber alle mit dem fluggewehr ich schieß weiter hier sind noch ein kleines tanks muss das was noch schnell abbauen wir können das noch schnell abbauen das dauert nicht mehr lange raketenwerfer ui hier ist noch ein raketenwerfer ui nehmen zu nehmen in die zone nicht wieder manchmal habe ich das gefühl die clown den lud und nehmen das in die hände die zone kommt um ich sag die ganze zeit auf mich hört ja keiner ich habe einen jahr hätten gepläst also springen einfach drauf so ihr werdet es geht ja ein bisschen jemand ein bisschen stimmgewerben ich habe auch ja ihr verändert erst so ein bisschen anders guck mal belegten jack jack an den wir mitnehmen die neue waffe haben sie wieder raus gepätscht gestern wasser eine neue waffe drinnen welche neue waffe das war bug automatische pistole sommer das robotar nicht dahin gehen nicht dahin gehen bleiben hier hinten das ist ja zu warte ich gehe leise wenn er aber kommt dann bekommt dann doppel schaden von einem leckeren rocket launcher kämpfen 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 ja ich habe ein bisschen hier war ein bisschen nut und noch mal ein bisschen doch flex kann mir einnehmen der roboter ist mega ganz falsch guck dir das so an guck mal da eins das locker mindest warte ja wohl das schwer dass es trifft jetzt schießt zack ist ah da ist noch keiner mehr drinne oh schade das ist einer noch warte wir können sie jetzt umregen jump it jump it ok ich habe daneben warte ich ist mein launcher da mal drauf noch mehr Achtung 1 2 obi 1 1 shot 1 hab ich fast ich töte den an 1 2 1 1 warte ich mach wenn wir das spät nicht kommen gleich 2 hat er und der guck hat es runter geschossen entschuldige wenn es jetzt da oben er ist da oben ja etwas ist warte ich könnte nicht schießen nicht runter ich habe keine meds mehr ich brauche hilfe ganz dringend ja bei mir direkt vor mir direkt vor mir wo ist er da vor mir genau ich weiß der ok verstehe nein nein kein banken bin ich komme von der anderen seite einer hat eine falle geprägt ja aufpassen dacchi 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 baut sie wird voll gespann los ich spam ihn ich habe ihn ben stirb ich hab's wir haben wir haben wir haben oh mein gott ja wohl ja ab dem anderen sehr gut ich muss mich denn ein ja du noch brauchst du Chaka warte hier ja gib ihm den Chaka gib ihm den Chaka Chaka ich hab zu spät ich kann okay ich nehme den also hier weg kann ich den wägen ist dann haben ja ja wir haben gerade ist sind gerade das war ein ganzes mit zehn gegnern ich hab meine pamp verloren wo ich meine pamp da ist sie und da ist eine eklig traf Achtung beim rausgehen wir müssen los und müssen los andere richtung boxing ich weiß alles okay ich muss kurz hier hoch hier ist noch zum domi kann genau das habe ich vorhin gesehen ja nie kann es ist noch ein vierer team ja hier ist doch ein bisschen gut ich brauche nichts ich bin bestens erklärt ich habe 600 munition aber ich brauche ich brauche munition bei stumgewehr das ist das einzige jetzt los wir haben das letzte team vor uns wenn es vielleicht aber banger und das ist das letzte team vor uns leute zu weit für die stürme ich dachte ich habe ich muss ich bin aber helfen gegen die Hilfe! Leute! Ihr müsst mir helfen! Jaja, ich helfe, ich helfe! Hab einen! Und da sind die letzten! Nur einer, das ist nur einer! Los gehts! Schade her! Ist mein rocket launcher? Na geht schon, geht schon, ist gut, ist gut! Ich spam ihn! Nicht runterschießen, danke! Okay, er hat mich fasst, okay, er ist gut, er ist gut, er ist sehr gut! Ich schieße meinen rocket launcher! Hey, ich brauche dich, ich heil kurz, wenn! Oh! Schnell Leute! Komm, schau! Wo ist er? Oben oder unten? Oben! Ach, da! Der ist wo nicht, der ist wo nicht, Leute, schieß! Drauf! Ja! 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 Geil! Wuuuuh! Ich bin mit dem Chumfeld hochgegangen! Wudi, ich hab neun kills! Geil! Neun kills! Ich hab gesagt, sie schießt mit dem auch! Ich wollte nur schauen, wo er ist! Dann hab ich ihn gesehen bauen! Geil! Vielen Dank.